Hallo alle, mein Name geht's mal. Wie ihr gerade seht, ich bin hier Partnerin. Partnerin? Warte, ich zeig euch den dann. Ja, ich hab dann gesagt, auch meine Rundstunde wird nicht leiden. Es ist jetzt, glaube ich, bis jetzt noch 8 Uhr oder 9 Uhr. Ja, 8 Uhr, glaube ich. Ja, und dann sagte ich mal halt, ich bin so aufgewacht, hatte nichts zu tun. Ich mach Spaß, es ist neu gut. Und dann, hatte ich mich nach einem Video genutzt. Wir warten, wir müssen immer warten wegen dieses Ding. Und so war's. Also, warten wir. Wir müssen jetzt wenigstens nach vorne zu kommen, ja? Warte, ich bin hier. Komm. Wir sind gerade hier auch noch in der Mitte. Spick. Komm. Komm. Hey. Hey. So. Will auch nicht. Komm. 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 Wir müssen doch einfach mal machen. So zu machen. Jetzt. Ich nehme eine Waffe. Ich nehme schnell mal zur Waffe. Ich zeig euch gleich. Gleich. Wir müssen noch Waffen, und Leute abschießen. Warte. Seht ihr? Komm. Oder... Hä, doch nicht. Doch, doch, muss ich. Ich bin mir sicher. Und jetzt? Also, ich bin jetzt erstmal in die Mitte. Ich gehe immer an der Seite, weil da sind immer irgendwie so Bots und da kann ich sie halt ganz schnell töten. Und dann? Und dann gehe ich dafür halt nicht rein. Die denkt alle, ich wäre jetzt in der Mitte gesprungen, aber mache ich nicht. Guck, ich gehe an dieser Seite. Da. Da ist jemand, da ist jemand. Guck, komm, komm, Freunde, komm. Warte, komm, komm, komm. Hä? Ich habe ihn doch nicht gedötet. Das war ich eigentlich nicht. Wo? Ein Bot. Doch, ein Bot, ein Bot. Er hat einen Sniper. 32, ja? Ein Bot. Natürlich ein richtiger Spieler. Doch, er war ein richtiger Spieler. Richtiger. 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 Das ist ein richtiger Spieler. Entschuldigung. Warte. Nein, das ist ein Bot dann. Sorry, Bot. Ein 30er Bot. So. Ich werde gleich alle Werkstücken überhaupt klappen. No, der ist nicht nur passiert. Doch, das ist nicht nur ein Takenor. Der ist nicht nur ein richtiger Spieler. Der ist eine andere, wichtige Spieler, sage ich mal. Ich mache ich immer extra, so Bugschen zu töten. Oh, der ist jemand, der ist jemand. Habt ihr ihn gesehen? Da ist er. Da ist er durch, da hingehören, warte. Komm, wir zünden die alle. Alle. Hallo Gott, sonnen wir das. Ich dachte... Ich hab ihn nicht gelassen. Okay, Leute, macht Like, konfiguret, abonniert uns und seid nicht so dumm wie ich. Heilt euch jetzt mal. Okay, dann. Tschüss.